Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copta Pro und zwar zu einer neuen Drohne, größeren Drohne. Ihr habt es euch gewünscht und wir machen natürlich eine Reihe für euch. Also seid gespannt auf diese neue YouTube-Reihe und auf dieses Video. Willkommen zurück zu diesem Video und weil uns so viele gefragt haben, könnt ihr auch mal die großen Drohnen vorstellen, nämlich die Matriz-Modelle. Nicht nur die M30T, sondern die M350 RTK. Das überholte Modell von der DJI M300. M300 ist ja die relativ große Drohne, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht gehabt, aber die M350 wurde jetzt einmal neu überholt, ist ein neues Modell, auch C-zertifiziert und diese Drohne steht hier hinter mir. Und um diese Drohne soll es in den nächsten YouTube-Videos gehen. Ich werde euch die Drohne vorstellen, wir werden verschiedene Tests durchführen, wie wir auch mit der Mavic 3 Thermal oder der M30 zum Beispiel gemacht haben. Wir zeigen euch, was diese Drohne kann, was für Kamerasysteme es für die DJI M350 RTK gibt, wie man diese in verschiedenen Einsatzgebieten einsetzen kann, ob sie sich für die Kidsrettung jagt oder andere Branchen eignen. Also seid gespannt auf diese YouTube-Reihe und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Und in dem heutigen Video werde ich euch einfach mal erklären, was ist denn überhaupt die DJI M350 RTK, was ist das für ein Modell, was kann diese Drohne und warum ist das das absolute Flaggschiff von DJI. Also seid gespannt. Ja, und was kann jetzt die DJI M350 RTK überhaupt? Ja, der Name sagt es schon, RTK, das bedeutet Real-Time Kinematic. Die Drohne hat also die Möglichkeit, durch ein integriertes RTK-System eine genauere Positionierung zu erreichen. So, das ist schon mal ein Vorteil bei dieser Drohne. Ihr müsst euch vorstellen, diese Drohne ist nicht wie die anderen Modelle bei DJI, eine Drohne mit fest verbauter Kamera, sondern mit einer wechselbaren Kamera. Bedeutet, wir können hier jedes Kamerasystem, das für die M350 geeignet ist, runterpacken. Also dient diese Drohne mehr oder weniger als Trägersystem, was ziemlich cool ist, weil man im Prinzip eine Drohne hat und kann mehrere Anwendungen mit dieser Drohne durchführen. Ja, welche Anwendungen sind das zum Beispiel? Wir haben einmal natürlich den BOS-Bereich, also den Behördenbereich, wie zum Beispiel die Feuerwehr, technische Hilfswerke oder Polizei oder auch andere Einheiten, die die Drohne einsetzen für zum Beispiel Personensuche, Überwachung von irgendwelchen Großveranstaltungen oder zum Beispiel zur Brandüberwachung oder eben zum Finden von Glutnestern. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel im Feuerwehreinsatz. Sie eignet sich aber auch super für Offshore-Arbeiten, das bedeutet im Prinzip für die Wasserwacht, also die Rettung auf dem See, weil man mit der Wärmebildkamera zum Beispiel, die es für die Drohne hier auch gibt, Personen auf dem Meer auch finden kann. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben hier einmal nämlich das System, die H20T, das ist ein Kamerasystem, das können wir drunter packen mit einer Wärmebildkamera und mehreren anderen Features. Die werden wir euch aber natürlich auch noch vorstellen. Dann haben wir die H20N, das ist eine Kamera mit im Prinzip einer Wärmebildkamera beziehungsweise zwei Wärmebildkameras integriert. Werden wir euch natürlich auch vorstellen, was die H20N kann. Und die hat noch eine coole Funktion, denn das N steht für Night Vision, beziehungsweise hat man eine deutlich bessere Kameraauflösung nachts und man sieht eigentlich wie Nachtsicht. So könnt ihr euch das vorstellen. Dann haben wir die Leader-Reihe, das ist im Prinzip die Reihe für die Vermessung, um zum Beispiel Punktwolken zu erstellen. Die Zensum-Reihe und es werden wahrscheinlich noch viele andere Reihen folgen, die wir euch hier auch vorstellen werden. Ja, das sind so Bereiche, wie ich gerade angeschnitten habe, BOS, Vermessung, natürlich aber auch Jagd- und Kitzrettung ist natürlich sehr, sehr groß das System dafür, aber es gibt da viele Bereiche, wo wir die Drohne einsetzen können. Und diese Drohne, dieses Drägersystem hat folgende Features, also folgende technische Details. Wir haben hier zwei Akkusysteme, zwei Akkusysteme, die im Hot Swap beziehungsweise Swap, ich sage immer Swap, Swap betrieben werden können. Das bedeutet, ich kann die Akkus hier wie bei der M30T im laufenden Betrieb wechseln. Das ist ein Riesenvorteil. Mit diesen zwei Akkus komme ich auf eine Gesamtflugzeit von 55 Minuten, also knapp eine Stunde mit dieser Drohne und das ist schon richtig, richtig heftig, weil wir in vielen Einsatzgebieten einfach eine lange Flugzeit brauchen. Das ist das, was die Drohnen einschränkt, die Flugzeit. Wir haben hier richtig hochauflösende Kamerasysteme und diese Kamerasysteme dann kombiniert mit der Flugzeit. Das ist ein absoluter Gamechanger, muss man einfach sagen. Dann haben wir einen IP55-Schutz. Was das ist, diese Schutzklasse IP55, blenden wir euch jetzt mal ein, damit ihr das Ganze seht. Es ist im Prinzip, oder es gibt mehrere Schutzklassen, IP55, IP67 etc. Und diese Drohne ist nach IP55 geschützt, also im Prinzip komplett wasserdicht. So, was haben wir noch bei der Drohne? Wir haben hier eine C-zertifizierte Drohne. Das ist auch ein Riesenvorteil. Die Drohne ist in der Kategorie C3 zertifiziert. Dazu machen wir auch nochmal ein Video, was das für diese Drohne bedeutet, wenn sie in der C3-Klasse ist. Und ja, was gibt es noch für technische Features? Wir haben hier eine Drohne mit der DJI RC Plus Fernsteuerung, also mit der großen Fernsteuerung, die es auch bei der M30T gibt. Wir haben hier die Möglichkeit, auch zwei Fernsteuerungen zu benutzen, dass der Operator der Drohne die Drohne steuern kann und der Operator der Kamera die Kamera steuern kann. Das heißt, wir können hier im Prinzip mit zwei Fernsteuerungen im sogenannten Team-Mode fliegen. Das ist für Behörden und alle anderen Einsatzkräfte wirklich eine coole Geschichte. Ja, die wechselbaren Kamerasysteme ermöglichen dann auch, wie gesagt, in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein und durch die zwei Fernsteuerungen kann man dann eben alle Kamerasysteme steuern. Was aber auch noch eine coole Geschichte ist, es gibt hier auch einen Dual Gimbal Connector. Das werden wir euch natürlich auch vorstellen. Der Dual Gimbal Connector ist im Prinzip dafür da, aus einem Gimbal zwei zu machen und dann können wir im Prinzip eine Kamera steuern und einen Lautsprecher, zeigen wir euch auch noch, oder eine Kamera und einen Scheinwerfer. Und das ist cool, weil wir können das parallel zueinander bewegen und das Ganze ist Gimbal gesteuert, also wackelt nicht und bewegt sich parallel zur Kamera oder kann sich parallel zur Kamera bewegen. Ja, ansonsten ist das wirklich ein hochmodernes Gerät, das in vielen verschiedenen Einsatzgebieten eingesetzt werden kann. Wir haben uns lang gescheut, dazu eine Reihe zu machen, weil das ist wirklich so ein richtiger Hochpreissegment. Nur mal zum Preis der Drohne, dieses System ohne Kamera liegt knapp bei 10.000 Euro. Ja, das ist natürlich eine Geschichte, das will sich nicht jeder erlauben, aber wir haben hier auch viele dabei, die sagen, nein, ich will genau sowas, das würde sich eignen für meine Firma oder für mich privat in verschiedenen Einsatzgebieten oder als Dienstleister wirklich alles abdecken zu können. Deswegen stellen wir euch die DJI M350 RTK vor. Was ist noch ein cooles Feature bei der Drohne? Wir haben hier einen Ladekoffer, den wir euch auch noch zeigen. Das bedeutet, der Ladekoffer, wie auch bei der M30T, der die Akkus schnell laden kann, den Storage-Modus fahren kann und dafür sorgt, dass man im Prinzip mit einem Stecker komplett autark unterwegs ist. Ja, ein richtig cooles System, richtig durchdachtes System. Die Drohne hat sogar eine Nachtsicht-FPV-Kamera. Ihr kennt das von der M30T, die hat oben eine Kamera drin, so auch die M350. Diese Kamera hat eine Nachtsichtfunktion, was bedeutet, dass ich diese Drohne nahezu, wenn man jetzt zum Beispiel mit der H20N fliegen, nachts komplett damit fliegen kann und sehe, ich sage jetzt mal, nahezu wie am Tag. Und das ist eine geile Geschichte, das revolutioniert so ein bisschen die Branche und das ganze System, wechselbare Kameras, lange Akkulaufzeit, tolle Trägersysteme an Kameras für verschiedene Einsatzgebiete, der IP55-Schutz, die Akkufunktion, dass wir die Akkus im Betrieb wechseln können, dann eben das RTK. Das sind alles Punkte, wo wir sagen, das macht dieses Gerät zu einem Hochleistungsgerät für wirklich professionelle Einsätze. Und genau deshalb, weil wir von Copta Pro natürlich uns auch mit diesem System auskennen, diese Systeme bereits vertreiben, möchten wir euch diese Systeme natürlich dann auch online in YouTube hier vorstellen. Was ich direkt schon mal anteasern kann, es wird hier auch eine sehr, sehr komplexe und durchdachte Online-Schulung geben, in der wir euch die Drohne komplett vorstellen, von A bis Z, weil dieses Teil hier kann schon einiges. Und das müsst ihr hundertprozentig lernen. Und deswegen bauen wir auch da, wie bei der Mavic 3 Thermal, dazu haben wir ja auch ein Video, wie unsere Academy aufgebaut ist, können wir euch gerne mal verlinken, bauen wir auch solch einen Kurs für die DJI M350. Und ich freue mich, wenn ihr auch hier einschaltet und euch diese Reihe anguckt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, um uns ein paar Ideen zu geben, was wir über diese Drohne hier berichten sollen, vorführen sollen, testen sollen. Bis dahin würde ich sagen, ich habe genug geredet, let's go. Wir fangen an mit unserer Reihe, produzieren ordentlich Content für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, macht's gut. Bis dahin, euer Alex von Copta Pro.